Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowney und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary und ich darf wieder gehen mit... So, ja, kein Wunder, das Spiel überfressen. Nein, ich bin sehr gut genährt und ja, ab dem Bauch entsprechend ein bisschen voll und ja, ich werde gerade so ein bisschen träge. Was haben wir denn jetzt? Zehn vor elf. Ach gut, was will man machen, ne? Man lässt sich halt immer gut gehen, wenn man kann. Ja, ich weiß nicht, die Leute, die mich aus dem Forum kennen, auch aus dem PvP-Forum vor allem, die kennen vielleicht noch den Alef-Tau. Wir waren mal zu Besuch bei uns über das Wochenende. Gut, man kennt sich ja schon eine Weile, ne? Ich sag mal, hier in dieser... Falls Alef da irgendwann mal zuschauen sollte, hallo Alef, war schön und so, ne? Gerne wieder. Der gute Mann. Vielleicht fängt er ja mal wieder an, ne? Ist ja, hat ja auch... Hat ja ein Päuschen gemacht. Oder macht ein Päuschen. Keine Ahnung, wie lange. Vielleicht sieht man ihn wieder. Vielleicht ist er irgendwann dann nochmal mit in Battleground Commentary. Gut, okay. Was hat sich geändert? Ähm... Ich weiß nicht mehr, was ich im letzten Video anhatte. Also, das ist noch hier, äh, Season 2, glaube ich, gemockt. Ich weiß nicht, was ich für eine Zweihandwaffe mocken soll. Ähm... Eher mit Vorschlägen. Was hat sich so getan? Genau, ich hab das Equipment wieder ein bisschen anders ausgelegt. Und zwar bin ich verstärkt auf Mastery gegangen. Das heißt, ich hab, äh... Mit Proc hab ich dann etwas über... So mal 10... Über... Um die 98%. Jetzt muss ich wieder gehen. Oh man, ich weiß echt nicht, wann ich aufnehmen soll, damit ich, äh... Damit ich nichts hab. Damit ich nicht gehen muss. Ähm, aber weiter noch hier die 32% Vielseitigkeit. Ich habe... Brrrr... Jetzt bin ich hier komplett verkehrt. Hab den Beruf gesehen. Jetzt bin ich durcheinander. Ähm, hier, genau. Ich hab gar nicht das Schild drin. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Video schon drin hatte. Jetzt hab ich's auf jeden Fall drin. Und das mit der Mastery probier ich einfach mal so ein bisschen rum. Mastery und Tempo eigentlich. Ne, größtenteils Mastery. Tempo-Buff hab ich. Neben hab ich den Tempo-Buff. Ah, hier vom Decay. Tempo und Vielseitigkeit. Gut, Vielseitigkeit hab ich selbst. Okay, wir sind nur zur Viert. Da kommt uns einer entgegen. Zwei, drei, vier. Scheiße, wir können eigentlich abhauen. Ja. Gut, da hab ich keinen Bock drauf. Sorry. Jetzt kommt der Rest. Oh, komm, dann brezeln wir nicht mal weg. Wenn du's unbedingt drauf anlegst. Komm, fall um. Oh, jetzt kommt der Kautchen dran. Ey, natürlich. Jetzt hab ich wieder Enter gedrückt. Konnt nix machen. Ja, und der Decay hält sich natürlich dann mal schön komplett hoch. Kriegst du keinen Schaden. Ich kann ja nicht von dem Weg, ne? Ich grüpp mich ja dann auch. Fängt wieder super an. Ich bin grad gut gelaunt. Die BGs, ich hab heute ein paar BGs, man lief nämlich nicht so gut. Jetzt darf ich noch mal gehen. Das tut mir echt leid. Ich bin grad wirklich ziemlich müde. Und ich hab heute auch nicht allzu viel geredet. Und ich muss mir das aber hier nochmal angucken, wie das weiterläuft mit der Mastery und so weiter. Ist eigentlich ganz nett, aber die BGs, die ich gemacht hatte, irgendwie, keine Ahnung. Also ich bin da irgendwie auf Dauer besser gefahren, wenn ich voll Vielseitigkeit hatte. Gut, in der Arena hab ich's nicht probiert. Ich muss mal schauen. Was ist das? Oh, da. Machen Fäkaltruide. Ja, da bobble ich gleich. Mir scheißegal. Ich bin da, machen wir's aber halt. Du brauchst gar nicht abbrauen. Du kannst nicht gleich hierbleiben. Eist dann. Wall ist ab. Schild. Ah, hatte ich schon. Mist. Ah. Ah, die Eule ist wenigstens voll ab. Hallo? Wieso kann ich dich nicht angreifen? Wir kriegen Bob. Den reinigen wir, da kann er abhauen. Jetzt krieg ich dir, Bob. Oh, schade. Ich krieg's ein Stun. Nö, 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 nö. Was war, du bleibst schön hier. Hahaha. Du hast doch nicht im Ernst gedacht, dass wir dich abhauen lassen. Komm, 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 komm. Feral Kiten ist lustig. Weil das eigentlich gar nicht geht. Nö, 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 Freund. So nicht, mein Lieber. Nö, dich hau mal weg. Ja, mit Hilfe der Eule auf jeden Fall. Jo, danke. Das war nett. Na. Da bedanken wir uns nochmal herzlich. Das war Nietzsche. Jetzt hab ich wieder Prox. Nee, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Der Marsflug ist eigentlich cool, aber irgendwie, keine Ahnung. Verrückst dann trotzdem so schnell. Nö, du bleibst hier. Warl is up. Oh, du wirst sterben. Okay, du bist definitiv tot. Da ist ja wieder ein Feral. Oh, süß. Was hat dir das jetzt gebracht? Haha, Troll. Komm, wir zergen mal ein bisschen. Na, eh's dann. Was war das? Oder bin ich davon, dass er gerade übel Schaden kassiert? Ah, da ist der Fäkaltruide wieder. Hallo, still Scheiße. Sorry. Ja, natürlich. Cool, wir haben eine bestimmte DK. So kann ich mit leben. Jetzt hast du wieder... Das war natürlich Teamwork. Danke. Okay, ohne die Prox hätte ich es nicht lange gemacht. Jetzt ist da richtig eng. Scheiße, ich kann mich nicht heilen. Um den... Müssen wir gleich hin. Bitter Fury. Im wirklichsten Kick. Eigentlich hätte ich... Würde ich ihn ja gerne bei dem... Dabei kicken, was aufbaut. Was war's? Ich hätte vorher ist Brunst, aber... Incinerator mitte ich, genau. Aber ja, hatte ich euch nix aufgebaut. So, der Käse für Gäse. So ein kleiner Hot. Könnt ja mal bei uns so stark sein. Was halten das Ding eigentlich? 144 plus 50 Prozent, das haben wir nicht. Und die drei, das reicht eigentlich, dann brauchen wir so nichts sagen. Sollte eigentlich nicht direkt an der Plugge stehen. Das ist richtig. Ich glaube, ich arbeite wieder mit Vielseitigkeit. Ach, da war morgens dann aus. Ich fühl mich da sicherer. Das klingt vielleicht merkwürdig, aber na gut, okay. 9 Prozentpunkte mehr ist dann irgendwie schon. Was? Hof. Genug. Genug. Genug Leute oder genug Ink? Äh? Ach, hier ist auch Ink. Pfuh, Alter. Pfuh. 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 Puh, oh. Das geht in die Hose auf Dauer. Nicht jede Wette. Äh, natürlich mit nem Silenz auf jeden Fall. Na, Hand auf Legung. Oh. Kann ich nicht kicken. Aber ich kann ihn jetzt da Bäh Kick Ja, das halte ich nicht lange, stimmt Ich kriege hier diesen scheiß Fall nicht da Ah, den nicht da Gehen wir halt auf den Ah, die Sorge Sorry Puh, Alter, puh Das ist echt nervig Ist überhaupt noch jemand hier? Ein Decay ist jetzt noch da Was ist denn du davor? Ach, das ist ein Shadow Spast, hau ab Ja, natürlich Alter, grip mich doch überall hin Ne, ne, inline, mein Freund Wird ich nicht überleben Danke Ja, komm ey Ah, diese dumme Slower Rider Die kotzt so an So dumm Einfach nur mit seinem fetten Gesicht auf die Tastatur hauen Und dir fünf Slows verpassen Ein Decay ist teilweise schlimmer als ein Mage Weil der Mage muss wenigstens casten Der Decay muss nichts tun Einfach nur mit seinem fetten Gesicht da draufschlagen Nein, du bleibst hier Du brauchst gar nichts zu tun, als wär's da toll Ich hab gesagt, du bleibst hier Ja, genau Du bleibst hier Meine Fress Ist da wieder was? Nein, da ist nix Was muss ich hier dumm und dämlich heilen? Was hab ich denn schon wieder geheilt? Drei Mille Knapp vier Mille Damage Ich komm überhaupt nicht mehr voran Merkst du das echt, wenn du allein unterwegs bist? Was ist denn der da? Das magst du echt Wenn ich in der Gruppe unterwegs bin, kannst du durchziehen Beziehungsweise in einem gescheiten Zerg Holt der jetzt oder holt der nicht? Ah, nein, natürlich Ah, super Guck schon wieder Guck schon wieder Der nächste Slow Unabhängig davon, dass es zwei sind Komm Krieger, jetzt slow du mich noch Oh Gott, der kriegt mich echt kotzen Bei so einer Scheiße Sorry Mal gucken, wie Blizzard das halt in Legion hinkriegt Jetzt haben sie Super, jetzt haben sie uns hier Ding abgenommen Schmiede Jetzt müssen wir Schmiede holen Ich mag nicht mehr Ich mag echt nicht mehr Ne, da sind wir nicht hin, oder? Naja, das sind zu viele Das ist ja wieder Quatsch, da hinzugehen Was willst du da rein? Da ist doch niemand Trottel Was willst du da? Das ist so sinnlos da rein Ich geh da nicht hin Versuchen wir dann Vier gegen acht Oder sieben Wir haben da drei Zwei Decay Zwei Decay ist ne Eule noch da Gucken wir mal, ob wir so wegzimmern können Zumindest ein Eingriff Nächste Oh, die KNF nicht Du stinkst Leichenfresser Aber können wir den Priest noch wegboxen Inline hat er Zwei Eins Und Done Jetzt hat er wieder was rübergebraten Oh, nein Das haben wir den Ding von nicht gekriegt Execute Kann ich nicht kicken Decay wenigstens tot Natürlich nicht Ich wollte gerade auf dem Decay wechseln Die haben gleich hier hinten Respawn 100% Jetzt wird er was sterben Oh, man Please Komm, ist ein Stun Die Achso, wir haben ja Oh, cool Hat ich mitbekommen Die hatten ja getappt Reali nicht mitbekommen Oh Gott, oh Gott, oh Gott Das ist echt ein Krampf Die machen überhaupt kein Damage von unserer Seite Ach, scheiße Du brauchst gar nichts herum zu sprinten Ja, natürlich Nochmals dann Scheiße OP-Crapter Sorry Ach, scheiße Jetzt habe ich ihn rausgelassen Wo ist der Ah, da ist der Hexer Fuh, alter Fuh Ey Was soll der Quatsch Fuh Was soll der Quatsch Wieso ist der Scheiß sofort wieder weg Sorry, ey Was ist denn das für ein Quatsch Hau ab? Was ist das für ein Quatsch Was ist der Quatsch So, Freunde, jetzt ist Finito hier. Das ist ein Prod, trinkt mir nichts. Jetzt ist Feierabend. Jetzt raste ich nicht aus und ich tüle euch langsam und, äh, ja. Wird's voll? Scheiße. Reicht das noch? Reicht noch. Na, dann eben nicht. Epp. Mann, Mann. Das stimmt eh. Jetzt sowieso. Ah, das hauen wir mal um hier. Wenn das schon so total rumlaufen lässt. Oh ja, dann machen wir das eigentlich. Wir sind noch auf der Siegerstraße. Ja, ja. Wir brauchen einen dritten Spot. Mann hat auch Wings ab. Und du wirst sterben einfach nicht. Jetzt ist doch sicher, dass wir haben eine Kirche, wenn du nicht geheilt wirst. Außer von dir selbst. Oh, da ist ein Heiler. Ja, noch ist ein Heiler. Ja, jetzt nicht mehr. Bist der Nächste. Rampage. Nö. Lieg's da. Bist der Heiler. Keine Ember für dir. Bist der Heiler? Bloodhowers hat nicht mehr Schmerzen gekostet. Ah, neff nicht. Dank's Priest. Mach's. Das hat er bekommen. Getab, tappt da. Super. Zinzete. Der reitet da weg. Oh nein, jetzt sind sie Hof abgenommen. Alter Leute, das gibt's ja nicht. Ja genau, Leute. Super, das haben wir verloren. Okay, der hat keinen hier. Nicht eben noch einer. Ach, der Fäkalspaten da. Und der auch nicht. Okay, dass der so viel Damage kassiert ist, klar. Komm her, Freund. Jetzt mal Freedom. Jetzt nochmals da drüber. Jetzt bist du zu mir, wie niedlich. Ganz niedlich, Junge. Heul ich mich halt. Ey, was der heil ist. Das ist echt normal. Packen wir das noch? Ja, okay, bei dem schon packen wir das. Oh, was ein Krampf. Ich bin aber heute gerade nicht so gut glasenrechten. Ich bitte nicht böse nehmen. Ich bin einfach irgendwie... Keine Ahnung. Oh Gott. Ey, 5,3 Millionen geheilt. Okay, wir hatten vier Heiler. Okay, das ist eine Heldenklasse. Dafür kann sie nichts anderes außer Stun, Crips, Low. Und so weiter, ne? Na ja, gut, okay. Also, wie gesagt, nicht böse. Ich bin heute nicht so gut gelaunt. Hat diverse Gründe. Eigentlich nur Kleinigkeiten, aber nichts. Ja. So ein paar Dinge läppern sich dann letztendlich doch irgendwo zusammen. Gut, okay. Ich hoffe, ich habe euch das Video trotzdem gefallen. Ach ja, ganz, 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 ganz vergessen. Das wollte ich eigentlich zu Beginn schon sagen. Ich wurde ja mittlerweile ein paar Mal... Erik sagt hier, ja, Stream, Legion, Videos, PvP und so weiter werde ich wieder machen. Das wird aber spontan sein, wie sonst auch. Also, einfach mal auf Twitch und mal gucken, wenn der Stream an ist. Das wird wahrscheinlich meistens Abend sein, eventuell auch mal mittags. Kommt halt immer so drauf an, wie ich Zeiten Lust habe, ne? Gut, okay. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare, Twitter, Facebook. Und wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. Tschüss.